Hallo zusammen, es gibt nun endlich Gewissheit zu Diablo 4. Zum einen weiß man, wann Diablo 4 erscheinen wird und auch wie viel das Ganze kosten wird. Das Ganze, alles zeige ich euch hier in diesem Video. Und wir starten auch direkt mit dem Release Date von Diablo 4 und das ist der 6.6.2023. Man kann das auch jetzt schon erwerben im Vorverkauf. Wer sich das im Vorverkauf erwirbt, hat auch den Frühzugang zur offenen Beta. Und wie viel das Ganze kostet, das werde ich euch zeigen. Einige von euch werden sich mit Sicherheit auch die Frage stellen, wird es Diablo 4 Videos auf den Mobile Games YouTube Channel geben? Und die Frage kann ich ziemlich einfach beantworten, mit Sicherheit ja. Und die nächste Frage, was wird mit Diablo Immortal passieren hier auf dem Channel? Und das kann ich euch auch mit Gewissheit sagen, spätestens im Juni 2023 werde ich hier auch Diablo Immortal beerdigen. Wie auch die meisten Spieler, denke ich. Und dann einfach rüber switchen auf Diablo 4. Bis dahin könnt ihr euch natürlich noch auf Diablo Immortal, aber auch auf andere Games hier auf diesem Channel freuen. Wer Lust hat, gerne Like und Abo dalassen. Und in Zukunft, wie gesagt, könnt ihr euch hier auch auf Diablo 4 freuen. Um die Frage zu beantworten, was wird das Ganze kosten, muss man wissen, es wird drei verschiedene Editionen geben, die man sich kaufen kann. Angefangen von der Standard Edition. Mit der Standard Edition bekommt ihr natürlich am 6.6. den Zugang zu Diablo 4. Aber man kommt noch ein paar andere Sachen dazu, wie ich finde, nicht besonders spannend. Für mich zumindest nicht besonders spannend. Man bekommt Flügel und Gefährten in Diablo 3. Man bekommt auch noch einen Reitier in WoW und noch kosmetische Gegenstände oder ein kosmetisches Set in Diablo Immortal. Und da habe ich ja schon gesagt, das wird beerdigt bis Diablo 4. Dagegen ist viel spannender die Digital Deluxe Edition. Ihr bekommt natürlich alles, was ihr auch in der Standard Edition habt. Aber zusätzlich bekommt ihr noch einen bis zu vier Tage Frühzugang vor dem offiziellen Start von Diablo 4. Das bedeutet, ihr könntet im besten Fall auch schon am 2.6.2023 einen Zugang zu den Diablo 4 Servern erhalten und könntet da schon spielen. Im besten Fall aus dem Grund, da das noch ein bisschen abhängig ist, in welcher Zeitzone man lebt und auch wie die Serververfügbarkeit ist. Ebenso bekommt man eine Freischaltung für den Season Battle Pass. Da ist für mich auch die Frage, okay, wird er in Zukunft kostenpflichtig sein? Das bedeutet, dass man sich nach jeder Season einen neuen kaufen muss. Ebenso bekommt man hier auch ein Reitier und auch eine Reitierausrüstung. In der Ultimate Edition bekommt man natürlich alles, was man in der Digital Deluxe Edition hat. Zusätzlich aber noch Emote Schwingen und der Battle Pass, da werden schon die ersten 20 Stufen freigeschalten. Man kann sich natürlich jetzt sofort denken, dass diese unterschiedlichen Editionen auch unterschiedliche Preise haben. Die schauen wir uns auch gleich an. Aber diese unterschiedlichen Editionen sind auch ein bisschen kritikwürdig, vor allem diese vier Tage vor dem Start schon spielen zu können. Da ist es natürlich so, für ein bisschen Geld kann man sich da einen Frühzugang kaufen. Das könnte man schon kritisieren. Dadurch hat man natürlich einen Vorteil gegenüber anderen Spielern, die vier Tage später erst anfangen können. Und mit dieser Ultimate Edition, in dem man nochmal 20 Stufen vom Battle Pass freischaltet, direkt am Anfang, da ist natürlich auch die Frage, ist das auch Pay-to-Progress oder auch nicht. Auch auf den verschiedenen Plattformen sind die Preise unterschiedlich. Welche Plattformen sind verfügbar? Natürlich kann man Diablo 4 auf dem Windows-PC via Battle.net spielen, aber auch auf der Xbox oder auf der Playstation 4 oder 5. Via Battle.net gibt es die Standard-Edition für 69,99 Euro, also knapp 70 Euro. Für die Digital-Deluxe-Edition und damit den vier Tage vorherigen Zugriff müsst ihr schon 20 Euro mehr hinlegen, 89,99 Euro. Und die Ultimate-Edition kostet 99,99 Euro. Für die Playstation sieht das alles ein bisschen anders aus und zwar sieht es teurer aus. Jede Edition kostet hier 10 Euro mehr. Das Ganze kennt man auch schon aus anderen Spielen. Und ich bin ja hier in Mobile Games und spiele vor allem hier Handyspiele. Und da kennt man das auch, dass Android-Spiele oder auch In-Game-Käufe meistens günstiger sind als bei Apple. Und hier ist es nun auch der Fall, dass man, wenn man am PC spielt, günstiger davon kommt als auf einer Playstation 4 oder 5. Die Preise für die Xbox sind leider noch nicht veröffentlicht. Alle Angaben, die ihr hier seht, habe ich wirklich aus der offiziellen Seite von Diablo 4. Hier den Link dazu lasse ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Es könnte nämlich sein, dass sie in der Zwischenzeit auch die Preise für die Xbox veröffentlichen. Was ist eure Meinung zu den verschiedenen Editionen und auch zu den verschiedenen Preisen? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ich kann euch auch schnell meine Meinung sagen. Und zwar werde ich als YouTube-Content-Creator, der natürlich schnellstmöglich für sein Publikum Videos erstellen möchte zu Diablo 4. Ich werde natürlich gezwungen sein, entweder die Deluxe oder die Ultimate-Edition zu kaufen. Und damit ich einfach vier Tage vorher schon Zugriff auf das Spiel habe. Ich hoffe, das Video hat euch ein wenig gefallen und auch ein bisschen geholfen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nicht erst zum Diablo 4 Release wiedersehen hier auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut!